So, jetzt sind wir bei Duffin. Ich habe hier auch noch eins für mich. Den machen wir jetzt mal auch kurz auf. Warte, hier, guck. Oh, willst du die Schokolade? Ja. Die Schokolade kannst du gerne haben. So, und jetzt gucken wir mal. Oh, weggeflogen. Oh ja, da kommt wieder ein Neti raus. Ja, das sind dann zwei geworden. Und das gebe ich Duffin. Okay, jetzt öffnen wir hier Duffins Überraschungseier. Schau mal, hier ist ein Mädchen Überraschungseier mit einem Marienkäfer. So, mach auf. So, warte. Warte. Ganz langsam, warte, guck. Hier, drücken. Ja. Oh, da ist es. Ja, cool. Und dann machen wir... Nein, das ist schwer, aber guck. Wow. Wow. Oh, da kommt Ladybug-Figuren raus. Wow. Mal gucken, was es ist. So, warte, 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 Duffin, warte. Ah, wie süß. So, da kommt Adrien raus. Und den machen wir dann hier hin. Und hier ist dann noch eine Karte. Warte. Ups. So. Warte. Ich bin der Bart. Ja. Nein, bin ich. Da kam Adrien raus aus Ladybug. So. So. Und jetzt machen wir das nächste auf. So. Baby. Duffin, komm. So, warte. 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 So. Warte. Ja, hier, nimm. Fisch. Ich fisch. Guck. Du hast schon hier. Warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Guck. Ja. Pira, Geist. So. Und noch mal. Da kommt noch mal die gleiche Vigure raus. Was mache ich denn aus? Nein! So? Nein. Das ist so. Das rammert. Ich rammert es. Und zack. Oh ja! Zwei. Jetzt haben wir zwei. Zwei. So.